Hallo und herzlich willkommen zu einladen Video auf meinem Kanal. Ich habe heute gefragt, wer sicherlich ist, was ich aufnehmen kann. Welches Programm manchmal ist leicht. Ist kostenlos auf alle Fälle. Es ist OBS. Es ist kostenlos runterzuladen. Den Link stecke ich bei euch in die Videobeschreibung rein. Wenn ihr noch Fragen habt, zu welchen Einstellungen, die ich habe, dann kann ich auch dazu ein weiteres Video machen. Dann lasst mir gerne ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Aboiert. Wenn ich geile Kloppe nicht vergessen. Wenn ihr Fragen habt, welche Sichtprogramme ich verwende, dann könnt ihr gerne mal 5 Daumen hoch da lassen. Dann kriegt ihr auch das Programm in die Sicht. Das ist wie gesagt mein Damen und Herren OBS. Und jetzt? Ich bin mit dem Video auf dem Video.